Vor sechs Jahren hat Sabine Kulik Cantera für sich entdeckt. Die Sportart verbindet Kampfkunstelemente mit Aerobic-Elementen. Es gibt eine einfache Choreografie, bei der fast alle Muskeln trainiert werden. Beim Aktionstag für Mädchen und Frauen im Sport versucht sie, ihre Begeisterung weiterzugeben. So wie die Teilnehmerinnen hier, hat auch Sabine Kulik mit einem Schnupperkurs angefangen. Ich habe vor sechs Jahren mit Cantera gestartet, war ganz normale Kursteilnehmerin in einem Fitnessstudio, habe es dort für mich entdeckt. Leider gab es da diesen Kurs immer nur einmal in der Woche und das war viel zu wenig für mich. Ich wollte es öfters haben und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich den Trainerschein, sodass ich dann Cantera jeden Tag machen konnte. Mittlerweile ist sie Cantera Ausbilderin und betreibt den Sport fast jeden Tag. Beim Aktionstag für Mädchen und Frauen im Sport konnten die Frauen noch knapp 40 weitere Angebote ausprobieren. Schon vor 24 Jahren ist die Idee zum Tag im Landessportbund entstanden. Zum dritten Mal wird der Aktionstag zusammen mit dem Stadtsportbund Cottbus veranstaltet. Damals galt es eben insbesondere den Frauen die Möglichkeit zu geben, sich selber zu finden, neue Gruppen zu finden. Ich denke mal, der Ursprung war damals in der Aerobik- und Gymnastikbewegung und heute ist das so vielfältig, das erleben wir ja über 40 Angebote. Viele eher unbekannte Sportarten werden hier präsentiert, unter anderem auch Sport mit dem Smoothie-Vibro-Swing. Dafür müsste man sich nicht mal in einem Kurs anmelden, mit dem Gerät kann man auch einfach zu Hause trainieren. Zwischendurch ist aber auch mal Entspannung fällig. Die Yoga-Kurse von Anke Philipp sind immer voll besetzt. Yoga ist ihre Lebensphilosophie. Es geht ja wirklich darum, dass man mal ein bisschen runterfährt, sich aber dennoch körperlich betätigt. Kann es weistreibend sein, aber auch nicht. So das Gesamtpaket macht es, denke ich. Yoga-Kurse gibt es in Cottbus viele. Cantera hingegen ist in Brandenburg noch nicht so verbreitet. Sabine Kulik wünscht sich, dass durch solche Aktionen die Sportart mehr verbreitet wird und vielleicht auch in Cottbus so ein Kurs entsteht.